Ich heiße Benjamin Risse, bin Professor an der Uni Münster für das Fach Informatik und ich bin deswegen Informatiker geworden, weil Informatik die perfekte Disziplin ist, um Mathematik und Anwendung zu verbinden. Also die Informatik selber als moderne Wissenschaft hat sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht stark verändert, insofern, dass sie jetzt als Wissenschaft von allen anderen Wissenschaften benutzt werden möchte. Und da ist was Interessantes passiert, dass die von den Informatikern für Informatiker entwickelten Verfahren funktionieren im Labor sozusagen total gut, aber sobald man die auf medizinische oder auf biologische oder auf landschaftsökologische Daten anwendet, klappt es nicht mehr. Und da entwickeln sich die neuen, aus meiner Sicht extrem interessanten Forschungsfragestellungen für die Informatik. Und ein gutes Beispiel dafür sind unsere Ameisenprojekte. Da geht es darum, dass man versucht, das Verhalten von Ameisen, insbesondere Wüstenameisen, in ihrem natürlichen Habitat zu verstehen. Wir haben die Kamera genommen und haben Ameisen in der Wüste gefilmt. Und wir versuchen jetzt aus diesen Videos eben dem Computer das Sehen beizubringen. Das bedeutet, dass man mathematische Formalismen ableitet, die unter anderem aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz kommen. Und all solche Fragestellungen, also wie haben die sich bewegt, wie schnell waren die, haben die versucht, vielleicht disteln oder Gebüsch zu vermeiden, oder gehen sie da sogar extra rein, um dann nach Futter zu suchen, würden wir gerne mit diesen Aufnahmen quantitativ lösen. Vom Schwierigkeitsgrad her, also die Ameisen sind sehr, sehr klein. Relativ zur Ameisengröße ist die Umgebung sehr durcheinander, man sagt immer, glatt hat. Also viele kleine Steine, Zweige, Vegetation. Das heißt, das ist an sich eine Herausforderung, die Ameise in diesen Bildern wirklich zu erkennen. Es ist super spannend, weil wir verschiedene Datenquellen miteinander kombinieren. Wir haben Laserscans, mit denen wir das Habitat abrastern, also Tiefeninformationen extrahieren. Und dann kann man im zweiten Schritt diese dreidimensionale Welt mit der Ameisenposition kombinieren und zum Beispiel rekonstruieren, was hat die Ameise eigentlich gesehen, als sie durch das Feld gelaufen ist. Und das ist nämlich spannend, weil man aus biologischer Sicht weiß, sie benutzt ihre Augen, um zu navigieren. Und egal, wie sie gelaufen ist, sie geht die direkte Linie von der Position, wo sie das Futter findet, zum Nest. Und wie die Ameisen das machen, ist insofern super spannend, weil Roboter diese Aufgabe nicht so effizient lösen können. Die Frage ist wirklich, warum kann die Ameise das? Und man will echt so ein bisschen vom Insekt lernen. Man kann als Informatiker, klingt jetzt ein bisschen doof, aber es ist wirklich so, man kann wirklich helfen. Man ist so ein bisschen die Person, das ist mir in der Promotion schon aufgefallen. Ich bin da in ein neurobiologisches Labor gekommen und war dann da der einzige Informatiker und habe mitgekriegt, was die Leute für Probleme haben und wie sie die lösen. Und man saß die ganze Zeit daneben und dachte, boah, das könnte man noch automatisieren, das könnte man noch viel besser machen und schneller und auch effektiver. Und was man häufig auch übersieht, objektiver. Informatiker, die in diesen interdisziplinären Projekten arbeiten, müssen ihre Komfortzone verlassen und sind dann häufig auch mal unwissend. Man müsste ehrlicherweise zugeben, ich verstehe jetzt hier gerade kein Wort. Und dann beginnen aber die Hausaufgaben und wenn man da an die richtigen Leute gerät, vielleicht dann auch den entsprechenden Neurobiologen, der dazu noch in der Lage ist, trotz Fachidiot auf der anderen Seite dazu in der Lage ist, seine Fragestellung oder seine Wissenschaft verständlich auszudrücken, dass wir eine Schnittstelle finden, da kann es richtig spannend werden. Und ich würde mir wünschen, dass das in der Informatik stärker, sich auch im Informatikstudium und in der Informatikausbildung sich stärker widerspiegelt, dass Informatik eine interdisziplinäre Wissenschaft wird. Also die Tatsache, dass die Informatik und auch die Algorithmen fast universell einsetzbar sind, bedeutet, dass man eigentlich überall wie so eine Spielwiese vor sich findet, auf die man sich stürzen kann und wo man in den verschiedenen Bereichen seine Herausforderungen suchen kann oder auch in der Regelwerke findet. In einem konkreten Projekt geht es um biomedizinische Bildverarbeitung, das sind mikroskopische Aufnahmen von einem Mäusegehirn, es geht auch um Hirntumor im weitesten Sinne und muss man sich so vorstellen, dass man verschiedene Schnitte von dem Gehirn hat, also auch eine gewisse Tiefe, eine dreidimensionale Datengrundlage und wir versuchen in dieser Datengrundlage den Gefäßbaum der Blutgefäße zu segmentieren. Das bedeutet Pixel genau zu sagen, dieser Pixel gehört zu einem Gefäß und dieser Pixel eben nicht und wir wollen uns insbesondere die Verästelungen dieser Gefäße angucken und wie die sich verändern, wenn ein Tumor präsent ist oder eben nicht präsent ist. Die Herausforderung hier liegt insbesondere darin, dass die Datensätze riesig sind. Da muss man wirklich schon sowohl große Rechenzentren für bemühen, als auch sich intelligente Algorithmen überlegen, die die Daten irgendwie verarbeiten können. Also wie viel Mathematik gehört zur Informatik? Aus meiner Sicht passt eigentlich kein Blatt dazwischen. Ständig muss man doch wieder runtergehen auf Formalismen, auf mathematische Formulierungen. Und die Mathematik ist die ultimative Abstraktion von allem Realen. Wenn man Mathematik aber durch die historische Brille betrachtet, also wann hat wer, warum eigentlich welches mathematische Theorem aufgestellt, sieht man ganz häufig, dass sie schon konkrete Fragestellungen hatten, die auch einen Echtweltbezug haben. Und wenn man die Biografien der einzelnen Wissenschaftler oder die historischen Probleme, die es zu der Zeit gab, wieder reinbringt, glaube ich schon, dass Mathematik zugänglicher werden könnte. Im Unterschied zur Medizin, wo es extrem viel üben ist, dieser Neurochirurg muss einfach üben, 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 bis er das gut macht, ist die Mathematik vielmehr, einem sich zutrauen, mit diesen abstrakten Verfahren zu arbeiten. Und das muss man lernen. Das war bei mir auf einmal im Hauptstudium so. Irgendwann habe ich gesagt, ich mache es jetzt. Das war natürlich auch für mich sehr, sehr kompliziert, gerade höhere Mathematik. Die ersten Semester, das hat nichts mehr mit Schulmathematik zu tun. Und irgendwann sagt man, komm, friss oder stirb. Bis zu einem gewissen Grad, vielleicht jetzt nicht die akademisch höchste Mathematik, aber bis zu einem gewissen Grad kann man Mathe, wenn man sich es zutraut. Aber man muss sich das nicht nur einreden, ich traue mir das jetzt zu, deswegen kann ich es, sondern man muss sich wirklich das Gefühl haben, dass man sich damit wohlfühlt, dass man einfach mal ein bisschen damit spielt, dass man so ein bisschen die Scheu davor verliert. Sobald man diesen Schritt geht, kann man auf einmal Mathematik. Die Informatik hat vielleicht mehr als manche andere Disziplinen das Potenzial als Ausbildung für die Wirtschaft genutzt zu werden, weil gut ausgebildete Informatiker überall gebraucht werden. Und ich glaube auch, dass viele Studenten die Informatik als Studienfach auswählen, weil sie die Wirtschaft als Zukunftsperspektive für sich haben. Ich sehe den Berufsausbildenden Aspekt als Hochschullehrer für mich etwas weniger als den wissenschaftlich Ausbildenden, weil für mich die Uni immer noch ein geschützter Raum ist, in dem wir uns der Forschung hingeben können und Fragestellungen hingeben können und eigentlich so ein bisschen unser Gehirn auch mal intellektuell an Grenzen bringen können. Dann wirklich aktuelle Forschungsfragestellungen, für die es noch keine Lösung gibt. Wir haben nicht so sehr den Druck, dass wir liefern müssen und irgendwelche Produkte machen müssen, die nachher irgendwie Geld abwerfen oder irgendwie gut einsetzbar sind. Dadurch ist man wesentlich freier auch in seinem Denken. Und das war für mich absolut der Grund, warum ich in der Wissenschaft bleiben wollte. Das ist der eine. Der andere ist, dass Ökosystem Wissenschaft gefällt mir einfach gut. Man hat ständig mit interessanten Menschen zu tun, die sich über extrem spannende Sachen Gedanken machen. Und man gerät nicht in diese Mühle des Alltags, sondern man muss flexibel bleiben, man fährt auf Konferenzen, man muss die ganze Welt bereisen. Und das ist obendrein natürlich auch ein unfassbares Privileg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017